Jetzt würde ich meinem Set gerne ein neues Instrument hinzufügen und diesmal würde ich auch gerne zeigen, wie man das alles nur mit Push durchführt und abwickelt. Dafür drücke ich hier oben einmal auf den Browse-Knopf und wie man dann sieht, öffnet sich der Ableton Live Browser und zwar sowohl in der Software wie auch hier oben an Push. Hier habe ich jetzt einfach verschiedene Instrumente zur Auswahl. Wenn ich eins laden möchte, drücke ich hier auf den grünen Knopf und dann wird das Instrument geladen. Aber jetzt ist im Prinzip nicht das passiert, was ich gerne wollte, denn dieses Instrument hat jetzt mein bereits bestehendes Instrument ersetzt. Das war eigentlich nicht meine Absicht. Ich wollte das auf einer eigenen neuen Spur haben. Der andere Fall kann natürlich auch vorkommen, dass ich ein Instrument ersetzen möchte, aber Kommando zurück. Das Ganze möchte ich so jetzt gerade nicht. Also Undo. Ich muss also erst einen anderen Weg wählen. Ich muss also erst eine Spur erzeugen. Und dafür haben wir hier einen Knopf und der heißt Add Track. Und den kann ich gedrückt halten und dann werden mir hier oben die drei Spurtypen angezeigt, die es in Live gibt, nämlich die Audiospur, die Midi-Spur und die Return-Spur. Ich brauche jetzt also eine Midi-Spur, klicke ich hier drauf, dann entsteht eine neue Midi-Spur, die halt eben leer ist, wo noch kein Instrument drauf ist. Und auf dieser Spur könnte ich jetzt wieder ein Instrument ablegen. Also ich gehe wieder in den Browse-Modus, so wie ich das eben auch machen wollte, nur eben mit dem großen Unterschied, dass jetzt gerade eine neue leere Midi-Spur selektiert ist. Aber es geht sogar noch einfacher. Das heißt, ich mache das immer wieder rückgängig mit der neuen Midi-Spur, denn ich tippe jetzt einfach Add Track nur einmal kurz an. Und dann öffnet sich wieder hier oben am Push der Browser. Und wenn ich jetzt hier ein Midi-Instrument auswähle, naja, was soll denn da schon groß entstehen? Da kapiert dann eben live schon, dass ich eben ein Instrument laden möchte auf einer Midi-Spur und dann wird dort eben entsprechend eine neue Midi-Spur erzeugt, wird man dann gleich sehen. So, jetzt wie bewege ich mich hier durch den Browser? Man sieht ja schon, ich drehe hier oben an dem ersten Encoder und damit kann ich dann eben hoch und runter gehen und so eben verschiedene Instrumente auswählen, die mir hier gerade zur Verfügung stehen. Lustigerweise funktioniert das übrigens auch mit dem Encoder hier daneben, weil der sich immer noch in diesem ersten Feld hier vorne befindet. Und mit Feld meine ich halt eben bis zur ersten gestrichelten Linie, die man jetzt hier sieht. Also dann kann ich eben beide Encoder hier oben benutzen. Und ich kann auch diese beiden Pads hier benutzen für hoch und für runter. Und damit mich dann eben von Instrument zu Instrument bewegen. Genau genommen geht das hier unten sogar noch weiter. Max for Live Devices, dann Drum Hits ist eine neue Kategorie innerhalb des Live 9 Browsers und genauso die Places. Da will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Wenn wir da noch keine Erfahrung mit hatten, wem das jetzt alles gar nichts sagt, was hier Places sein sollen, der möge sich gerne unser kostenloses Tutorial zum Neuerscheinen von Live 9 herunterladen, was es auf unserer Seite vom Lernkurs gibt. Dort erkläre ich auch nochmal in aller Ausführlichkeit, was es eben Neues gibt am Ableton Live 9 Browser, wie eben zum Beispiel die Unterteilung in Kategorien und Places. So, ja, ich möchte jetzt allerdings, was brauche ich denn? Ich brauche ein Instrument Rack und die nächste Unterkategorie finde ich dann halt hier eben in diesem nächsten Segment. Das heißt, von den Instrument Racks gibt es verschiedene Sound Kategorien, wie zum Beispiel Bass, Brass, Gitarrenplugged, Mallets, Pads und so weiter. Warum kann ich die jetzt nicht laden? Warum habe ich jetzt hier kein grünes Feld? Ja, das sind ja Kategorien, also das sind alle Streicher-Presets, die mir zur Verfügung stehen. Ich kann hier aber nicht alle Presets auf einmal laden, dieser Kategorie Strings oder Bass zum Beispiel. Dafür gibt es dann hier wieder, was sich in diesem Ordner befindet. Also in dem Bass-Ordner befinden sich dann wieder viele verschiedene Presets und da habe ich dann auch wieder meinen grünen Knopf, um eins dieser Presets zu laden. Ich zeige das mal schnell an einem Beispiel hier vom Analog. Dort wähle ich halt eben hier vorne Analog aus, jetzt als Kategorie. Hätte ich gerne Synth Lead. Auch das ist wieder eine Kategorie von Sounds. Die eigentlichen Presets sind dann eben wieder hier in diesem Bereich. Und das sind jetzt sogar sehr, sehr viele. Das heißt, hier kann ich jetzt entweder mit den Pfeiltasten sehr, sehr, sehr weit runter navigieren. Genauso kann ich jetzt natürlich hier lang, 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 lang hier oben an den Encodern drehen. Das geht aber auch noch schneller. Ich gehe nochmal an den Anfang. Also ist ja alles alphabetisch sortiert. Und wenn ich jetzt eben zu einem Preset möchte, was mit Z oder mit X beginnt und so weiter, dann ist die schnellste Möglichkeit, dorthin zu gelangen, indem man die Shift-Taste gedrückt hält. Und wenn ich jetzt auf die Pfeil-Runter-Taste drücke, dann sieht man, wird hier immer seitenweise geblättert. Also eben bedeutete runter, ja, dass ich von einem Preset zum nächsten komme und zum nächsten und zum nächsten. Und wenn ich dabei die Shift-Taste gedrückt halte, dann sehe ich sofort acht neue Presets, acht neue Presets, acht neue Presets, acht neue Presets. Und wenn ich jetzt die Pfeiltaste runtergedrückt halte, dann bin ich eben ganz schnell hier bei White Lead oder dann eben auch ganz schnell wieder am Anfang. Also das ist ganz oben das erste Preset und das hier ist jetzt das unterste. Und man sieht, wie schnell ich da jetzt eben hingekommen bin, wenn ich parallel dazu die Shift-Taste gedrückt halte. So, jetzt zeige ich mal schnell, wie das funktioniert, auch dass man eben dann die entsprechenden Presets hier laden kann. Ich gehe also auf den grünen Knopf hier drauf. Vorhören kann ich jetzt übrigens hier am Push nicht. Das ist ja eine der tollen Neuerungen von Live9. Wenn ich dort im Browser selbst, also in der Software, ein Preset anklicke von einem MIDI-Instrument, dann kann ich das jetzt neuerdings auch vorhören. Das geht mit Push nicht, aber ich kann schnell nachladen. So, das erste Instrument habe ich jetzt geladen. Das ist natürlich auch sofort spielbereit. Dann sieht man, ist dieser Knopf hier auf einmal nicht mehr grün. Der war ja eben grün. Jetzt ist er gelb und erfüllt damit eine neue Funktion, nämlich die des Hot Swap. Also wenn ich da draufklicke, sieht man, wird hier das nächste Preset geladen. Gehe ich da wieder drauf, wird das nächste Preset geladen. Nächstes Preset und so weiter. Und auch so kann ich natürlich ganz schnell den Sound hoffentlich finden, den ich suche. Apropos, ich war auf der Suche nach etwas anderem, nämlich hier im Instrument Rack nach einem eigenen Preset, was ich mal gebaut hatte. Hier sieht man, das sind die einzelnen Kategorien, die es gibt zum Instrument Rack. Und wenn ich jetzt hier noch weiter runtergehe, dann kommen hier meine eigenen Presets irgendwann. Und dieser Satellit Synth-E, das ist eben der, den ich jetzt haben will. Und deswegen gehe ich hier auf den grünen Taster und jetzt sollte das hoffentlich geladen sein. Genau, den Sound wollte ich haben. Und damit ist jetzt das im Prinzip erledigt, was ich haben wollte. Ein neues Instrument auf einer neuen Spur. Jetzt muss ich noch raus wieder aus diesem Browse-Modus. Also nochmal hier auf den Browse-Knopf schnell drauf gedrückt. Und jetzt bin ich wieder da, wo ich vorher war. Nämlich im Device-Modus oder von wo auch immer ich gerade gestartet bin in diesem Prozess. Das neue Spuranlegens und so weiter. Gut, was ich jetzt eben mit viel Erklärung hier versehen habe, mache ich jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Dass man einfach mal sieht, in der Praxis, wie leicht das funktioniert. Also, Add Track. Ich hätte gerne den Analog. Ich hätte hier gerne, ja, das ist schon gut, einen Bass-Sound. Allerdings jetzt hier von weiter unten. Ich halte die Shift-Taste gedrückt. Wähle einen Sound weiter unten. Zum Beispiel jetzt hier den Funk-Song hätte ich gerne. Einmal laden bitte. Und das Ganze auf einer neuen Spur. Und... Zack, das war's. Raus aus dem Browse. Und dann geht's los mit Einspielen oder Üben oder was auch immer. Und dann geht's los mit Einspielen oder Üben 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 oder Ü